Hi und willkommen bei der Jagdschule Weiß. Ich bin Conny und heute möchte ich euch erklären, wie ihr die vier wichtigsten Getreidearten unterscheiden könnt. Wir wollen zwischen Hafer, Gerste, Weizen und Roggen unterscheiden. Und zwar gibt es dafür auch wieder eine kleine Eselsbrücke. Und zwar merken wir uns als erstes beim Hafer, Hafer hängt. Also der erste Buchstabe des Wortes steht für das Hängen. Hafer hängt. Und bei den drei anderen Getreidearten nehmen wir uns die Krannen vor. Getreidearten haben ja Krannen, diese Härchen an den einzelnen Körnern. Und diese Krannen fangen ja mit dem Buchstaben G an. Also suchen wir in den Namen nach dem G. Bei Weizen gibt es kein G. Also hat Weizen auch keine Krannen. Roggen hat das G in der Mitte des Wortes, also ein kleines G. Und damit steht es für die kurzen Krannen. Und dann haben wir noch die Gerste. Bei der Gerste steht ja das G am Wort Anfang, also ein großes G. Und somit hat die Gerste lange Krannen. Und schon könnt ihr die vier wichtigsten Getreidesorten unterscheiden. Ich wünsche euch viel Erfolg für eure Jägerprüfung. Ciao!